m oder wollt ihr ja mehr so davon sehen und was solle geht Hallo Leute Ähm, herzlich willkommen Zurück zu Aische, genau Äh, ich muss die Kamera mal richtig hinstellen So müsste das gehen Ja, willkommen zurück zu Die Maus spackt gerade ein bisschen Willkommen zurück zu Ähm Chatwolle Ähm, eigentlich wollte ich was ganz besonderes machen Ich wollte nämlich gerade Kurz puppeln Ich wollte eigentlich Drück mal weiter Ich lege hier schon mal so ein bisschen los Ähm Und zwar Nein Ich wollte eigentlich mit Gorilla Maske aufnehmen Aber Sexy Aber, äh Naja, da gab es ein paar Ein paar technische Probleme Ähm, aber nicht Nichts weiteres Hallo Ich sehe überhaupt nichts Ich kann doch nicht mal was Ich hab mein Headset nicht Und Meine Brille passt da nicht rein Ey, das ist ja voll der Kack Sieht man mich überhaupt richtig? Nö, ne? Das sieht aus Wie so ein Virus, oder? Das ist doch kein Gorilla Hm? Die Kamera ist scheiße Ganz ehrlich Ich sehe überhaupt gar nichts, Leute Und die Kacke rutscht Die Kacke rutscht Wie Vaseline Blöde Kackmaske Wo ist denn jetzt der Aufnahme-Beenden-Button Da ist er Und, ähm Ja, äh Deswegen nehme ich jetzt einfach wieder ganz normal auf Äh Das hässliche alte Gesicht kehrt zurück Es kam echt lange kein Tic-Tac-Toe auf Chat-Holette mehr Das lag mehr oder weniger daran Dass die Seite, äh Ja, immer ein paar Erneuerungen hatte Was zur Hölle? Die hatte immer ein paar Erneuerungen Und du konntest dadurch irgendwie nicht Du konntest die Kamera nicht anmachen Und, ähm Da musstest du mal Geld bezahlen Und allen so ein Scheiß Und jetzt geht's mal wieder Deswegen kommt jetzt auch mal wieder eine Folge Und, äh Wir spielen heute mal wieder Tic-Tac-Toe So Ich hab mich übrigens Ja, ich weiß nicht, ob man das sieht Ich hab mich hier mit einer Rasierer geschnitten Ich weiß, total peinlich Und voll das kleine Kind und so Ich weiß Und die sieht gar nicht aus wie 27 Und, ja, okay Ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mal Ne? Ähm Hello Hab ich überhaupt nicht, hab gar nicht Hallo So, jetzt hab ich mal ein Mikro an Hello Hallo Elo Hello Hallo Hello 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 Sorry Hi Hi Hello 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 zeichnen aber nur die Wunschlechtel Korka Kredite in der Geräte schlussendet der Töte und 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 die sind die sind fies sind ist war 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 nicht war war ist zu laut war ooooh Tiki ok grüß Gott hello was gucken die mal so behindert sehe ich so hässlich aus Leute wieso gucken die so wieso gucken die mich so komisch an sag mir das mal bitte warum gucken die mich so komisch an was hab ich gemacht ich bin doch ganz normal mehr oder weniger so ok wird das Let's Play eigentlich langweilig für euch so nach der Zeit ich zeichne jetzt einfach mal ich rede jetzt einfach nichts mehr hier die verstehen mich eh nicht ähm oder wollt ihr mehr so davon sehen und was für der geht ok oh ok auf okay WTF? 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 You make me... You're dangerous! Dangerous! Leute, was sind das für Mädchen? Das kann man gar nicht mehr Mädchen nennen, oder? Was meint ihr? Was meint ihr? Sind die Mädchen da über mir? Sind die normal? Was zur Hölle? Lasst mich in Ruhe! Ihr seid Monster! So! Hey! Hallo! Penner! Schnell Zeichen! Man kommt ja gar nicht zum Zeichen nennen! Ich drücke ihn immer wieder weg! Hallo? Penner! Ah! Äh, wie lange nehmen wir eigentlich nur auf? Fünf Minuten! Hm! Okay! Hallo! Oh! Der sieht cool aus! No man! Drück mich nicht immer weg! Oh! Oh! das meint mit den Bildern übrigens Prozent andere haben das noch nicht freigeschaltet bekommen das ist so dass jemand schaltet euch die Webcam verheiratet jemand schaltet euch die Webcam frei und die Leute die das irgendwie nicht freigeschaltet bekommen die müssen mit Bildern leben die dürfen nicht die Cam anmachen da kann man übrigens ja und nein sagen ob die das dürfen ich sag einfach überhaupt gar nicht weil wenn man zu oft ja oder nein reindrückt dann wird die Cam bei einem selbst deaktiviert Nihihi ähm auch ein Teddy im Hintergrund cute Teddy Bia in the behind you ich glaube wir kriegen Lachflash entweder das ist wegen Mia oder da es ist die Mia oder ein Stuhl des Todes k die Dungen und ein Gott ec um it is k er nimmt von barbier von barbier Ken ist so sexy. Sexier than you. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. I will fight versus you. This is my opinion. Was laber ich da eigentlich für die Scheiße? Jetzt mach ich einfach mein Herz. Jetzt kommt richtig gay rüber. Fuck you, you, äh, penis. Das ist immer so gewaltig, wenn immer, wenn... Also, ich gebe euch mal so einen kleinen Simi-Tipp. Wenn ihr in, äh, in, äh, Chatroulette beleidigt werdet, dann sagt einfach irgendwas mit Motherfucker oder so, dann geschickt weg. Das ist wirklich die, äh, beste Lösung, so, die ich auch immer anwende. Alle Türken sind heute von mir gegrüßt und so, die jetzt einschalten. Oh, das war... What the fuck? Was war das da? Wieso hat das gerade so gedreht? Hui, hui. Oh, Checker. Die schalte ich nicht frei. Okay. Das war ein Raffalapido-Blick. I draw cats. Nice. I draw penises. Ähm, 39. Haben wir noch ein bisschen Zeit, wa? Ich hoffe, man die Folge gefällt euch und ist ein bisschen lustiger. Wenn irgendwelche Formen... Was guckt ihr mich so an? Wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge oder sowas habt, dann schreibt es doch einfach mal. Ich glaube, die versteht auch kein Wort. You, you are so cute. Okay. Let us play in Tic-Tac-Toe. Oh. Oh mein Gott. Jetzt hat die mich weggeklickt. Die war deutsch. Sieht man ja gar nicht an. Die sieht aus wie so eine Amerikanerin. Also die meisten Deutschen, die so ich kenne, die sehen ganz anders aus. Die sehen so aus, als wären die nicht deutsch. Die sehen so ein bisschen aus, als wären die von einem anderen Planeten. So ein Planet. Wo keine Männer sind. Äh. Da wohnen auch Hunde. Ähm. 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 Xoxa. Hi Devo. Hello. Nice to meet you. Hey Devo. What's up? Everybody. My name. Is Gustav. So. Okay. Verstehen die mich, Leute? Das haben die, glaube ich, nicht verstanden, aber ist auch egal. Also Englisch verstehen sie, aber Deutsche nicht. Und Sack juckt. Ich bin glaube ich nicht verstanden, aber ich habe einen großen Schub. Aber ich habe gesagt, dass ich nicht verstanden habe. wie es ist mein Mai Höhen Mai 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 dieses Christel Prozent Prozent hier Dings Prozent das habe ich mir gelegt Geil bezeichnen bei Götz herr für ein neuer ist der ciao Adios Amigos ein bisschen ein bisschen es ist also ein bisschen englisch kann ja drückt mich aber weg ich bin voll lieb und so die drücken mich weg es ist hier ist jetzt Schokolade um n die Todesblick wie guckt die denn guckt ja wie alt und die zwei Tage nicht geschlafen hat und wie als ob sie gerade in der Mülltonne geflogen wäre was los Mädchen oder ist das ein Bild oder ist das Illusion das ist ein Zombie oder ein Alien nein wir drücken einfach mal weiter und ich weiß ich bin heute überhaupt nicht lustig ich bin ein Kacknoob Hallo bin ich nicht süß bin ich nicht süß bin ich nicht süß das ist ein Bild wahr ist das ein Bild ne das kann als ob das ein Bild ist wer fotografiert ist schon so niemand fotografiert sich so außerdem welche Mädchen die cool sein wollen nice to meet you nein das ist schwul ich hab nicht gegen die Schule aber das ist ein bisschen schwul wenn ich so bei so einem jungen so so mache weiter geht's weiter geht's hat der die Cam ausgemacht nö er hat mich weggedrückt oder so ein Blödmann so ein Doofi ich guck gar nicht in die Kamera ich weiß aber äh ne mein Monitor ist hier da wo ich mir am Finger anzeige und die Kamera ist hier da wo ihr guckt und wo wo ihr seid so ich möchte jetzt gerne weitermachen kann mal bitte noch irgendjemand kommen nein ansonsten war's das eigentlich geht doch mal weiter hier komm einen will ich noch haben einen noch einen und dann ist er semi glücklich für over alone nee 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 was hab ich jetzt gemacht weiter kommt kommt Leute ich möchte mit euch reden ich kaufe irgendwann eine neue Brille ich finde die voll hässlich so jetzt kenne ich mir noch mal ein bisschen die Haare so zur Seite damit ich schön aussehe da genau da kommt anders Russland hello okay Leute okay Leute die mag mich nicht und ich verabschiede mich glaube ich jetzt mal ja ich hoffe mal es hat euch gefallen schreibt Meinungen und alles sowas in die Kommentare wenn ihr den habt dann schreibt sie mir wie ich es vielleicht interessanter machen kann und ansonsten der kleine Striche verabschiedet sich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder ich winke euch nochmal und äh peace and out was denn ihr seid immer noch da geht doch mal weg oder äh ich hab übrigens scheiße ich hab nicht reingesprochen ich hab hierher gesprochen ich hoffe man kann mich einigermaßen hören wenn nicht ist ja auch egal ihr braucht ja nur eure Augen SA定 legen liegender ist Leute storms haben own ich